Wie viel so ist das? Einmal Feuerzeuge, Taschenlampen, brennende Frisuren, egal. Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich Polizist oder Astrolaut, weil es für mich das Größte ist. Der Feuerwehrmann löscht den allergrößten Brand oder werde ein Rockstar überall bekannt. So viele Hoffnungen, so viele Wünsche, die im Tindau bestehen, so viele Träume, die niemals in der Püllung gehen. So viel Glaube, so viel Liebe, findet man nur mein Kind, auch alles ist vergessen, wenn sie groß sind. McFarland 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 Vielen Dank.